ach du scheiße cobblestone ist auch schon voll so ja ja aber oben drüber ist noch ein bisschen platz rein theoretisch könnte ich dir direkt hier ansteuern oder wir machen das einfach ohne signalhalter und per hebel da sind drei felder hier jetzt hat das wäre das ganz einfachste ich glaube der hebel wäre es einfachste da muss die pissen zu weil bevor ich hier jetzt ein riesen signal drei drei signalhalter reinbaue geht es über den hebel doch einfacher und da ich spaß am arbeiten will will ich auch keine dinger könnten das nicht mit verstärkern machen sonst mit einem ding ob das klappt dann muss ich aber hier noch mal abreißen über eine redstone fackel 30 mal bis hier ab ach du scheiße die ganzen hühner ach quatsch nein hier muss ich ja dann ich weiß nicht ich hab's noch ich mal meistens habe ich immer mit verstärkern gearbeitet mach mal wenn ich jetzt hier noch mal redstone her leg ah dann gehen die fackeln aus gut würde klappen ja toll jetzt habe ich ein relais geschalten ja mit einem signalhalter oder nee geht aus ja die blinken dann zu sehr muss ich trotzdem über ding machen blinkt ansonsten geht nicht oder warte mal ja dann muss ich aber den auch wieder starten bepowern geht nicht auch ganz viel clay oder ja das brauchen wir auch und ich hoffe wir haben normalen stein grad da damit ich und redstone verstärker bauen kann sonst klappt das nämlich nicht ganz so wirklich habe ich da eins vergessen ja da habe ich einen vergessen und dann suche ich mal ein bisschen clay okay zack 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 äh kann ich ich bin grad schön am meinem weg hier bauen für die steuerung und alles hoff das klappt so müsste aber ich denke schon dass es so klappen sollte würde mich wundern wenn ich und zack jetzt ist der auch noch ausgelöst jetzt müssen wir alle kolben haben brauche ich einige verstärker einige brauche ich dann und dann muss ich noch schauen dass ich einen weg nach vorne bekomme zum bauernhaus zum einschalten das ist scheiße wir werden echt so viel eisen brauchen ja gut möglich ich habe hier doch grad irgendwo in den und schleim so ich mach grad einen weg zum äh für den redstone wo dann raus laufen soll gut jetzt nochmal zurück da haben wir auf jeden fall wieder etwas erde naja es sind drei redstone leitungen das heißt fünf breiten muss ich machen oder oder sogar sechs breit weil redstone redstone ja fünf breit hier im sumpfgebiet ist aber auch irgendwie ganz schön viel klee normal ja ja und 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 noch einmal zurück wäre hier schon mal die Zuleitung sozusagen fertig von den Redstone Signalen nur noch ein paar Fackeln aufgestellt damit da unten nichts spawnt und fertig also die Zuleitung halt zumindest bis daher einfach Richtung Haus muss ich sie dann noch weiterziehen so Zack, 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 zack war euch heute eigentlich auch so warm? ja, ja, angenehm, richtig im Vergleich zur letzten Zeit wo es so eiskalt war echt angenehm bei uns waren es heute irgendwie 5 Grad so viel nicht bei uns waren es zwar nur 3 Grad oder so aber echt im Vergleich zu den letzten paar Tagen wo es minus 20 Grad gehabt hat so extrem war es bei uns überhaupt nicht das war einfach zu krass 14 vielleicht so also minus 14 ja, nachts dann minus 20 Grad und ich fange ja äh, fange ja doch recht früh mit der Arbeit an bis erstmal raus und halb auf hohen hm so, also hier hätte ich schon mal ein bisschen Zuleitung gelegt jetzt muss ich auch mal raus und Verstärker, äh, craften und da sogar einige ich hoffe, unser Redstone reicht dafür da brauche ich echt ein bisschen mehr und auch das braucht es noch nur 3, oder? für einen äh, für einen Verstärker, oder? ja, aber ich brauche auch ziemlich viele Verstärker und dann noch die Leitung braucht auch ziemlich viele Verstärker also ist schon ein bisschen was, was ich brauche unsere Cobblestone-Kiste ist einfach voll so, Redstone-Fackeln brauche ich natürlich auch ganz viele und Redstone auch und Verstärker sowieso uiuiuiui mal schauen, ob ich vielleicht gleich ein Stack herstellen kann der dürfte mir dann reichen jep, ein Stack der sollte reichen ich muss mal schnell ein paar Hühnchen holen ein paar Gebratene ich glaube, ich habe noch ein bisschen Hunger ein bisschen ist gut vielleicht kann ich nicht mehr sprinten das kommt jetzt alles da vorne in der Kiste raus, oder? mhm oiuiuiuiuiuiui Ach, die kannst du jetzt auch ausschalten? ja, müsste denke ich gehen. Cool. Falls es dann doch mal irgendwann wo krass sein sollte. So. Und hier drüben kann ich dann schön die anderen Sachen her platzieren. Ja Hopper werden wir echt ziemlich viele brauchen. Ja hört doch auf auf mich ständig zu schießen. Ich habe keine Zeit für so einen Klump. So ich will hier weiter bauen. Und die Bäume hier reise ich auch mal ab. Weil die sind doch so komplett im Weg. Hä? Wo kommst denn du auf einmal her? Bist du mir hinterher gelaufen? Blöde Skelett oder was? Weil so viele Fackeln wie hier stehen dürfte eigentlich nichts mehr spawnen. Natürlich spawnt hier trotzdem noch was. Obwohl hier Fackeln ohne Ende stehen. Was im Bauernhaus oder was? Ne unten. Was ich da an Fackeln gerade hergeballert habe. So. Die Bäumchen lösen sich auch auf. Gut. So. Nein. Keine Fackel sondern es ist ein Verstärker. Alter. Von wo kommt ihr? Ihr seid doch nie im Leben. Jetzt hat hier drei Zombies gespawnt innerhalb wo ich nur ein paar Verstärker her gesetzt habe. so zack 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 zack. Okay. Wenn die Verstärker nicht reichen weiß ich auch nicht mehr. Wie hast du das denn gemacht? Ja ein Stack. Ah. Sehr gut. So. So. Jetzt muss ich sie eigentlich nur noch runter zaubern. So. Jetzt muss ich sie eigentlich nur noch runter zaubern. Ich habe noch nie eingebaut. Ich habe noch nie eingebaut. Das ist keine Ahnung. Hm. 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 So. fangen wir erstmal vorne an bringen wir erstmal die Leitung runter so, erst erstmal hier den Verstärker her die kommen alle durch den Gang da durchgelaufen als ob die genau wüssten wo ich gerade bin so, ich setze jetzt da vorne einfach mal ein paar Fackeln her zack, zack, zack Alter, Alter ich bin hier aber gerade am Redstone machen und mich greift so ein Dreckszombie einfach von hinten an Alter überall wo du hin haust reißt du dann Redstone Leitung ab nein Alter ich kotze gleich aber so richtig kotze ich gleich so einen richtigen Strahl kotze ich gleich so äh, wo haben wir den? ach ja so, auf jeden Fall, jetzt habe ich die Leitungen schon mal oh, die äußerste Leitung die äußerste Leitung reicht nicht aus okay der hat geschalten, der hat geschalten, gut jetzt einfach mal hier noch einen Verstärker her trotzdem so für das optische Bild so zack ich habe keinen Bleistift wozu brauche ich, sollte ich einen Bleistift brauchen? äh, Dispenser waren mit einem Bogen, ne? hm so hatten wir nicht mal einen Haufen Bögen? ja die müssen alle in der Mob Drop äh, Ding sein äh, Ding sein mh, nee äh okay, die Kolben haben auch geschalten also funktionieren die auch gut jetzt muss ich es hier nochmal runterkriegen das, äh, die Leitung äh, die Leitung und als ob ich es gewusst hätte da ist es zu spach so haben die Kolben auch geschalten okay äh funktioniert funktioniert oh Gott Dispenser da ist auch noch ein Bäumchen drin der kommt auch mal weg so okay klappt alles klappt alles schaut gut aus was sind denn Dropper? äh, die schmeißen nur raus ein Dispenser äh, schießt ja und ein Dropper schmeißt nur also wenn zum Beispiel äh, ein Dispenser wird ja wenn du jetzt ein Ei oder, äh oder ein Eimer reintust wird, löst der den hier aus den Eimer oder das Ei ja das ist Spawn zum Beispiel und der Dropper schmeißt den nur raus okay äh, seit wann gibt's denn die? ach, auch schon auch schon ganz schön ein Stückchen ich überhaupt nicht gibt's auch schon lang oba muss es ja schon seit 1.8 geben ja, ja ach, seit 1.5? ja, ja seit 1.5 gibt's die sogar schon ja, stimmt okay sag ich doch die gibt's schon lang ja so wow gut was dann? jetzt seh ich auch meinen Fehler ich hatte heute den ganzen ganze Zeit in Minecraft versucht so ne so einen richtig geilen automatischen Ofen zu bauen also so mit mehreren Öfen mhm da hab ich mich die ganze Zeit gewundert warum die Dispenser nicht in die Kiste reinschießen sondern immer vorbei aber Vielen Dank.